Fragen Sie sich selbst. Wie viele Monate ohne Arbeit können Sie sich erlauben? Für wie lange reichen Ihre Ersparnisse? Die meisten Menschen auf der Welt sind gezwungen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, weil sie in einem ewigen Kreislauf aus Arbeit, Zuhause, Gehalt leben. Aber jeder, der sich jetzt dieses Video anschaut, hat die Chance, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Gönnen Sie sich mehr. Mehr Reisen, neue Erkenntnisse und Bekanntschaften, mehr Zeit mit der Familie. Aber wie? Bereits jetzt können Sie mithilfe neuer Technologie, die auf der Blockchain-Basis entwickelt wurde, Belohnungen in Kryptowährung erhalten. Die Blockchain belohnt täglich Nutzer, die sich an der Auffüllung des Pools beteiligen und dafür spezielle Split-Tokens erhalten haben. Mithilfe von Split-Tokens erhalten Nutzer tägliche und lebenslange Belohnungen aus dem Pool in Form von Ultima-Tokens, die verkauft werden können, um von ihrem Wechselkurs zu profitieren. Oder man kann den Liquiditätspool damit auffüllen und die lebenslangen Belohnungen weiter erhöhen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um mehr über Ultima zu erfahren.